Ich freue mich schon, wenn die Magnolien blühen. In Utah blüht nichts, da gibt's nur Schnee. Mike und Christy ziehen aus Utah her. Er ist Rechtsanwalt, sie Hausfrau. Er ist Bodybuilder. Ich nehme an Amateurwettbewerben teil. Bodybuilding ist physisch, mental und emotional sehr fordernd. Unser erster Bodybuilder. Was ist mit mir? Klar. Ich bin auch gut gebaut. Wir sind durch die Serie auf Laurel gekommen. Also haben wir uns den Ort mal angesehen und waren sofort begeistert. Wir sind sehr aktiv und gern in der Natur. Deshalb gönnen wir uns hier ein Ferienhaus. Für 270.000. Mit viel Platz für unsere Kinder und die zukünftigen Enkel. Sie haben vier Kinder. In meiner Familie waren wir auch vier. Alles Jungs. Du Experte. Ich weiß, was sie brauchen. Toll, diese Bäume. Hier ist die Auffahrt. Zum Schaffhaus. Wunderbare Bäume. Maddy und Bernard Schaff haben es gebaut. Sie sind die Großeltern von Schaff. Schaff Molden, ein Freund von uns. Wir haben letztes Jahr ein Haus für ihn renoviert. Er hängt auch sehr an diesem. Wir haben übrigens beide Nachbarhäuser bereits verarztet. Für die Robinsons und die Moffets. Fünf Zimmer, drei Bäder, 270 Quadratmeter für 167.000 Dollar. Wow. Auch schöner Backstein. Ganz ähnlich. Die Fassade wirkt insgesamt ein bisschen verwaschen in diesem Grau-Beige. Das würde ich gern ändern. Wir könnten den Ton der dunklen Steine in den Fensterläden und den beiden Türen wieder aufnehmen. Und put that on your shutters and on the front door and the back door. I like that idea. Kostet wie beim anderen 5.000 Dollar. Okay. Der Kaufpreis beträgt 167.000. Wenn wir alle unsere Ideen umsetzen, liegen wir bei 88.000. Dann sind es insgesamt 255.000. Ich bin sehr angetan, aber das wären große Veränderungen. Das wäre ein massives Veränderung. Gut, euch an unserer Seite zu wissen. Du bist schon einer von uns. Darauf habe ich mich gefreut. Klingt gut. Und was sagst du? Egal in welchem Haus, ich koche für euch. Wir halten zusammen. Das Wir ist bei uns ganz wichtig. In allen Lebenslagen. Selbst wenn ich nur mit einer Person spreche, entsteht gleich ein Wir. Familie. Familie. Wird schwer. Wir haben viel zu besprechen. Also gehen wir schön essen und diskutieren. Mal sehen, wie wir uns entscheiden. Hoffentlich gefällt es den Ostermellers. Mal sehen, wie sie reagieren. Das Ostermellerhaus. Grandios. Noch grandioser als vorher. Hier war ja nicht viel geplant, aber es wirkt doch ganz anders. Die Tür passt zu den Fensterläden. Es sieht einfach wunderschön aus. Es ist ein schönes Haus. Es ist ein klassischer Haus. Gehen wir rein. Ich bin so gespannt. Hat sich viel getan. Oh mein Gott. Das war die Küche. Schön. Die Stickerei fehlt. Du erinnerst dich daran? Aus der habe ich ein Kissen für Patty gemacht, die hier ihre Kindheit verbracht hat. Sie hat uns auch was für euch geschenkt. Seht ihr gleich. Dieselben Schränke? Ja, mit den alten Scharnieren, nur gestrichen. Boden- und Granitarbeitsflächen sind neu. Hier halte ich mich gern auf. Weiter geht's. Ist das ein anderes Haus? Eine Küche. Aus dem Nichts. Es ist herrlich. Wir wollten den klassischen Charakter bewahren. Gemütlich, mit Anklängen vom Kolonialstil. Deshalb gibt es einen Fliesenspiegel aus Stein. Wenn ihr euch umdreht, seid ihr in einem englischen Cottage mit Kamin. Der Raum sieht viel größer aus und trotzdem so wohnlich. Diesen Blick finde ich so schön, als ob da ein englischer Garten draußen wäre. Die Dame, die diese Blumen gepflanzt hat, war die Mutter von Patty, die euch dieses Bild geschenkt hat. Ihre Mom hieß Mattie und war eine super Gärtnerin. Diese Blumen hat Patty extra für euch gemalt. Auch im Sinne ihrer Mom, denkt sie. Wow. Ich hatte sofort einen Draht zum Haus und seinen Erbauern. Nun dürfen wir hier als Familie sein. Das schafft Verbindung. Es gibt noch das große Wohnzimmer, mit viel besseren Fenstern. Ich bin überwältigt, wie schön der Raum geworden ist. Und so offen zur Küche. Den Tisch muss ich mir ansehen. Der lacht mich schon an. Hammer. Ihr spielt doch gerne. Deshalb habe ich den gebaut. Kann man alles abnehmen. Das Glas ist aus den alten Fenstern. Da drin kann man ein Puzzle legen. Wenn ihr abends nicht fertig seid, klappt ihr zu und könnt essen. Unsere Kinder ziehen bald aus. Ich freue mich, wenn sie dann wieder nach Hause kommen und Zeit mit uns verbringen. Das können wir hier wunderbar machen. Ich bin echt gerührt. Ich werde immer an euch denken, wenn wir hier sitzen. Und? Herrlich. Unsere Kids werden sich sehr wohl fühlen. Ihr habt das Haus für 167.000 gekauft. Die Renovierung hat 88 gekostet. Macht insgesamt 255.000 für ein richtig großes Haus. Damit ihr bleibt. Klappt. Wäre schön, wenn ihr herzieht. Klappt. Wäre schön, wenn ihr deinem Meinung habt. Ich werde euch nicht die 사랑. Wäre schön, wenn ihr es. Als ich nicht die Zeit. Ich habe mich. Und wir euch. Ich werde euch.